Im Altertum, als der Planet Erde erschaffen und für die Menschen zur Heimat wurde, haben weise Herrscher vier Amulette der Grundelemente versteckt. Tief in einer Höhle, eingeschlossen, ruhen die Symbole der Erde, des trügerischen, jedoch lebensspendenden Wassers, des alles zerstörenden Helfers des Feuers und des mächtigen frischen Windes. So komm, wie viele davon wirst du erlangen? Das neue Brettspiel Labyrinth nicht nur für sehbehinderte Abenteurer, die Spannung und Freude am Entdecken neuer Welten an Kombinationen und der Gestaltung eigener Spielregeln erleben wollen. Die aktuelle Geschichte über die Rettung unserer Erde wird ihr Gedächtnis, den Tastsinn und die Orientierung im Raum trainieren. Das Spiel ist unterhaltsam und originell. Labyrinth – ein neues Brettspiel nicht nur für sehbehinderte.